Hallo Leute und damit Willkommen zu einem neuen Stream hier zu unserem super geilen Projekt Zelda Ocarina of Time Gold Quest mit dem Death Wheel wieder am Start. Ich hoffe euch geht es allen gut und begrüße euch herzlich zu diesem tollen Stream. Ich freue mich wieder auf ein paar unvergleichliche Stunden mit euch und auch hallo an die Leute, die nachträglich zugucken auf YouTube, die Leute, die ein bisschen im Hintergrund zugucken und nicht mit im Chat schreiben möchten. Auch an die ein herzliches Willkommen und natürlich alle, die hier im Chat mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. So, Ton und Bild sind perfekt. Diese Aussage supergeil, Gorgando. Dankeschön dafür. Ähm, und wir waren im letzten Part im Brunnen. Ihr erinnert euch sicherlich noch und sind da irgendwo festgebackt und ich habe mal drüber nachgedacht und dachte mir so, ähm, warum machen wir das eigentlich? Ich denke, wir sollten vielleicht erstmal wirklich nochmal in den Feuertempel gehen. Ich weiß, wir hatten eine Abstimmung gemacht, dass wir in den Brunnen gehen, aber ich denke, es wird ähnlich sein wie im Waldtempel. Wir bekommen im, äh, Feuertempel ein Item, was uns sagt, hier geh mal dort und da hin. Ähm, und dann... Oh Gott, äh, die Susanne, die ballert hier direkt Mitgliedschaften raus. Und nicht nur 5 oder 10, sondern 50. Was ist denn mit dir los, Susanne? Weil du so lange nicht dabei warst, oder wie? Weil sie... Susanne war im Urlaub und ich glaube, sie musste die anderen Streams kompensieren. Was ist denn da los? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Vielen lieben Dank, Susanne. Vielen lieben Dank und, äh, hohoho. Ja, die ganzen neuen Mitglieder freuen sich dafür, sicherlich. Haha. Alter, Susanne übertreibt es. Hahaha. Wahnsinn. Wahnsinn. Gerne. Kein Problem. Schulterklopfer. Bop, bop. Wahnsinn. Danke, Susanne. Vielen lieben Dank. Wow. Ja, wie gesagt, ich, äh, habe mir vorgestellt, dass wir, ähm, ja, wohl auf dem Feuertempel dasselbe ähnlich haben werden wie im Waldtempel. Und, ähm, genau. Genau, dass wir dadurch vielleicht ein Item bekommen, das uns dann den Weg weist, hier, äh, müssen wir als nächstes hin, ne? Das war so meine Intention dabei. Deswegen, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal wieder groß machen. Und ihr habt recht, wir müssen auf jeden Fall auch das Death Wheel drehen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Seid bereit, das Death Wheel wird gestartet für das erste Mal heute im Stream. Denn, das sind die Regeln, startet ein neuer Stream, starten wir das Death Wheel. Wir dürfen erstmal keine Verbrauch-Items benutzen. Das bedeutet, ich darf weder die Zwille noch irgendwelche, ähm, Bomben, noch irgendwelche Dekonüsse verwenden. Äh, ansonsten, das ist neu, das wissen noch nicht so viele. Also, wir haben es jetzt in den letzten zwei Streams gemacht. Sollte das quasi missbraucht werden oder, oder nicht eingehalten werden, dann geht der Stream fünf Minuten länger. Und, äh, wir haben es auch noch so, dass wir im letzten Stream fünf Minuten nicht länger gemacht haben. Oder zehn Minuten, wie viele waren es denn? Ich glaube, fünf Minuten nur, oder waren es zehn? Die wollten mal hinten dranhängen, ne? Irgendwie so hat man es doch gemacht. Weiß das noch jemand? Dim, da, 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 da. Genau, äh, die anderen Regeln sind zehn Minuten, okay. Also, der, äh, Stream geht heute auf jeden Fall schon mal zehn Minuten länger. Und wir werden uns auf jeden Fall erstmal... Alter, das hört gar nicht mehr auf hier. Ich glaube, das, äh, wird den ganzen Tag so weitergehen, den ganzen Abend. In diesem Stream. Dass wir hier unten, äh, Meldungen bekommen. Hoch, lebe Susanne, mal 50. Ja. Mega, ey. Jo, wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal wieder erwachsen. Und ich würde sagen, wir betreten erstmal den Feuertempel. Schauen da mal rein. Und, äh, gucken mal, ob wir da ein schönes Item kriegen. Na, das ist jetzt erstmal der Sinn dahinter. Und ich muss, ich packe, glaube ich, erstmal die Items außen. Ich packe mal die Items weg hier. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas von verschwende. Äh, so. Ich mach das mal so, ja. So, was echt traurig ist. Hallo Eva, hallihallo. Was echt traurig ist, dass unsere Hasenohren jetzt weggehen. Das macht mich sehr, sehr traurig. Sorry, ich hatte was nachzuholen. Solltest du mein neues Icon erstellen, nur für Susanne. Was meinst du für ein Icon? Stimmt, Marcel, du hattest noch deinen Tränen übrig, richtig? Möchtest du das jetzt wirklich schon einsetzen? Weil wir hatten erst gedreht. Wie du möchtest, natürlich. Der Marcel hat auf jeden Fall noch seinen Tränen übrig. Haben wir, ähm... Hallo Thomas, hallihallo. Äh, okay, die Musik vom Feuertempel haben wir leider noch nicht. Schade. So. Dillie. Haben wir hier, äh... Hä, ich bin nicht mal Abonnent und bekomme ein Geschenk mit Mitgliedschaft. Allgemein kenne ich den Kanal nicht. Ja, hier passieren ständig unerwartete Dinge. Hier werden ständig irgendwie Mitgliedschaften rausgeballert. Das, äh... Sind den tollen Abonnenten von meinem Kanal zu verdanken einfach. Die sowas immer ermöglichen. Und natürlich heute, insbesondere der Susanne, die einfach mal 50 rausgeballert hat. Mega. Dü, 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 dü. Da müsst ihr, wie gesagt, die Susanne fragen. Die Susanne ist hier der Inhaber der 50 Mitgliedschaften. Normalerweise darf sie sagen, hier, ich dreh heute 50 Mal. Oder sie verschenkt die eben. Dü, 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 dü. So. Wir gehen auf jeden Fall... Hä, gehst du nicht den Daumen hoch. Die Susanne. Alle. Alle dürfen das. Hä, 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 hä. Ja. Ähm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Richtung Todeskrater. Und, äh... Werden dort auf jeden Fall erstmal die neue Musik lernen, ne? Dass wir uns hier derzeit zum Todeskrater teleporten können. Und gehen dann erstmal in den Feuertempel rein. Das wäre ziemlich cool. Wupp, wupp. Heute wurde mir mal angezeigt, dass du streamst. Hallihallo, Laura. Hallihallo. Ähm. Wenn's geht, schnapp dir noch ne Mitgliedschaft. Da oben steht ne fette 50. Maybe du kannst draufdrücken und, äh, dir noch eine absahnen. Dü, dü, dü. Da, 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 da. Da, 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 da. So, liebe Leute. What? Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ich will mal nicht so sein. Ich abonniere dich erstmal. Dankeschön. Dankeschön an Thomas. Vielen lieben Dank. So, und wir gehen jetzt erstmal... Warte mal, ich ziehe mir erstmal mein Lavakostüm hier an. Ah, das ist unser Lavakostüm, oder? Ne, Zoratunik. Gronentunik, so. Machen wir uns erstmal rosa, würde ich sagen. Dü, 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 dü. So, maybe, ne, kommen wir danach in den Brunnen. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie einen Hinweis, wir sollen danach in den Brunnen gehen. Weil es war halt im Waldtempel auch so. Da haben wir die Eisenstiefel bekommen. Und wurden indirekt in die Eishöhle geschickt, wo wir dann den Bogen erhalten haben. Und dann konnten wir halt das abschließen. Vorher ging es nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder den Bogen? Habe ich vorhin umgerüstet und jetzt habe ich schon wieder... Warte mal. Äh. Ich mache erstmal den und den. Ne, wir dürfen aktuell keine Verbrauchseitems benutzen. Äh. Marcel, willst du eigentlich, dass wir drehen oder möchtest du noch nicht? Weil wir drehen sowieso gleich, wir betreten gleich einen neuen Dungeon. Dementsprechend. Ist das eigentlich wurscht? Schick. Junge. Möchtest du noch den Dreh vom letzten Mal haben? Vielleicht kommt ja die Korkirrüstung. Susanne hat sowieso gesagt, ihr dürft alle drehen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ich würde warten, denn wir gehen gleich in den Dungeon rein. Da drehe ich sowieso. So. Jetzt lernen wir erstmal unser Bolero des Feuers. Ne, geht nicht. Da kommt nur, ob ich einen verschenken möchte. Egal. Hauptsache, kann gucken. Das reicht mir. He-he. Ba, 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 ba. Bolero des Feuers ist auch so gute Musik einfach. Gut, dass man nicht lesen kann, was auf dem Rad steht. Warum kannst du es nicht lesen? Ist es zu dunkel? Ba, 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 auch so schön. So, Bolero des Feuers, Leute. Wunderbar. Fink verarscht. Nun Attack. Was? Scroll mal hoch. Hä? Warum ist da jetzt ein Feuer? Cool. Warum? Warum ist da ein Feuer? Man weiß es nicht. Okay, äh, guck mal, da oben. Könnte man vielleicht was mit Krabbelminen machen? Haben wir da hinten eigentlich irgendwas? Äh, oh Gott. Äh. Ähm. Ja. Das war nicht so gut. Egal, geht jetzt in den Feuertabler erstmal rein. So, ich hab da Bock drauf. Ich hab Bock auf einen neuen Dungeon, Leute. Auf krasse Rätsel. Hey. Danke für, danke schön fürs Abonnieren. Okay, wir haben hier, ähm, wir haben hier einen Zaun. Wir haben hier einen Zaun. Das heißt, ich muss irgendwie andersweitig da reinkommen. Da geht's schon wieder los mit den Rätseln hier. Äh. Ich seh, worauf sich das hinausläuft. Okay, Leute. Ich muss Krabbelminen verwenden. Auf jeden Fall. Das heißt... Also, ihr seid bestimmt mal nicht so. Ne? Ich werde jetzt Krabbelminen verwenden. Aber ich mach das bewusst. Und es kann sein, dass ich beim ersten Mal nicht treffe. Ne? Weil da hinten die, äh... Ich muss das da hinten weg sprengen. Und ich hoffe, wenn ich auch fünf Krabbelminen verwende, dass ihr trotzdem für mich nur fünf Minuten zählt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde mit Sicherheit nicht beim ersten Mal... Nein, nicht fünf Minuten pro Fail, sondern fünf Minuten für einmal verwenden. Also einmal dieses Item verwenden. Ich muss es ja. Mano. Seid doch nicht so. Ich weiß nicht. Okay, gucken wir erst mal, wie lange es dauert. Ja, das war, äh, super. Oder meint ihr, es gibt noch eine bessere Methode? Ja, ja. Ich muss das irgendwie weg sprengen. Aber ich glaube, es ist die einzige Methode, da mit einer Krabbelmine irgendwie ranzukommen, oder? Hey, warum... Das funktioniert ja nicht mal. Warum... Es funktioniert nicht mal. Ist ich vielleicht hier so rüber? Es funktioniert nicht, Leute! Warum? Idee ist ganz gut. Ihr seid so gemein. Ah... So, ich muss gehen. Danke auf jeden Fall für die Mitgliedschaft. Das ist die erste, die ich von jemandem mal bekommen habe. Von jemand anderem mal bekommen habe. Ey, sehr gerne, kein Problem. Und, äh, muss ich natürlich bei unseren lieben Abonnenten und Zuschauern bedanken, die hier das Ganze ermöglichen. Warte mal, vielleicht muss ich... Weil hier, hier, die sind ja auch alle neu, diese, diese Teile, die hier am Boden stehen. Möglich. Es kann sein, dass man dafür das Auge der Wahrheit bräuchte. Ich gehe mal kurz hier lang. Gucken mal, ob ich da unten irgendwas bezwecken kann. Wow, das war super. Stimmt, das Auge der Wahrheit im Wassertempel. Ah ja. Ganz bestimmt. So. Ja, aber was bringt es mir denn? Es bringt mir ja nichts, dahin zu gehen, oder? Jetzt hundert recht, du solltest doch nicht hier sein. Meint ihr echt? Meint ihr echt, ich sollte doch nicht hier sein? Meint ihr, ich brauche wirklich etwas, womit ich hier unsichtbare Sachen erkennen kann? Wir sind alle, wir sind aber alle nett zu dir. Ohne uns wäre es so langweilig, genau. Was ist denn, wenn ich... Nein. Okay, da kommt auch nichts. Wie, aber ich kann durch die Lava fahren? Was ist denn das für ein Scheiß? Über den Zaun schafft das nicht, aber durch die Lava, na klar. Deswegen muss ich vielleicht auch da runter. Ah, warte mal. Ja, ich muss, ich muss echt von hier ran, ne? Gott. So, ich hoffe, jetzt passiert nichts. Ja, ich glaube, ich muss echt von hier ran. Jetzt passiert... Hä? Was ist das für Käse? Das Problem ist einfach nicht, dass du hier nicht pokern kannst. Mann! Jetzt funktioniert das wieder nicht. Aber ich kann doch keine Bomben werfen. Hä? Also man sieht ja so ein bisschen, dass da was drunter ist. Ja. Was denn, wenn ich das hier mache? Ich denke mal, springen wird auch nichts... Da ist halt, da ist halt auch so ein, äh, Hakenpunkt drunter, ne? Aber das würde mir halt nichts bringen. Eispfeile? Pumpen? Komm ich auch nicht mit hoch. Hä? Habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte? Über den Zaun komme ich nicht. Vielleicht doch von der... Aber... Guck mal, eben ist er so ganz komisch durch die Lava gefahren, ne? So, das geht da, gell? Das... Der fährt hier einfach durch die Lava durch. Wo soll er hin? Da hinten. So. Nein! Bomben sind doch keine Verbrauchs-Items. Bomben... Ja, Bombenpfeile werden's, ja. Aber die hab ich leider nicht. Das wär's natürlich, ne? Bombenpfeile. So. Das geht leider nicht. Die Zeit deiner Fails wird länger. Ich glaube, ich muss mich mal umbringen, damit ich hier die, äh, Zeit verlängere. Wie mach ich denn das? Mh, 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 mh. Ich mein, wenn ich jetzt jumpe, wird das ja auch nichts. Ja, so würd ich's halt auch sagen, ne? Also 10 vom letzten Stream, 5 vor Krabbe-Minen, 5 für Bomben, weil ich muss ja irgendwie den Versuch... Ich muss das ja irgendwie... Irgendwie muss ich's ja machen. Äh... Von hier vielleicht irgendwie? Oh, das ist zu weit weg, schätzt ich. Du kannst sie kombinieren, Bomben und die Pfeile. Wie denn? Wie mach ich das? Also, ich weiß, dass es in Twilight Princess geht, aber wie geht das denn hier? Geht das hier? Äh... Ich wüsste nicht, wie das geht, Susanne. Geht das wirklich? Mh... Okay, auf Time ging das nicht. Okay, was kann man noch machen? Es geht nicht in Okay of Time, zu dem nicht im Original. Ne, im Original auf jeden Fall nicht. Das ist mir auf jeden Fall klar. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mit dem Krabbe-Minen noch weiter hier umgehen soll. Wir brauchen irgendwelche Ideen, Leute. Geht nur mit Eis, Feuer und Licht. Genau. Genau. Hätte ich jetzt halt auch gesagt. Äh... Was können wir noch machen? Guck mal, wir haben hier noch Enterhaken-Punkte. Jens hat da oben was geschrieben. Jens, du musst zurückgehen. Du musst zurückgehen nach Hallo Google den ersten Verkäufer aufsuchen. Zieh mal die Bomben auf die Pfeile im In... Äh... Ne, kann ich leider nicht. Ich kann... Ich hab ja... Ich hab ja nichts zu ziehen. Also, ich kann nichts machen, leider. Ich kann das nicht... Ne, ich kann nichts auswählen und ich kann auch nicht... Ne, geht leider nicht. Den ersten Verkäufer aufsuchen. Welchen Verkäufer meinst denn du? Mh... Also, wir könnten mal gucken, was da hinter den Felsen ist. Vielleicht finden wir da irgendwas. Wenn der Wassertempel ruft. Verkäufer in Kakariko? Hat der irgendwas, der Verkäufer? Bitte nicht in den Wassertempel. Habt nur die Seefährtchen. So, warte mal erstmal... Link gegen Krug. Krug gewinnt. Ähm... Du musst in die Vergangenheit... Um die Wundererbsen zu kaufen. Aber... Aber wer hat die Wundererbsen? Und die kann ich aber hier auch nicht einpflanzen. Oder kann ich die hier einpflanzen? Das wäre natürlich eine Idee. Weißt du, welcher Verkäufer die, äh... die Wundererbsen verkauft? Das wäre natürlich ein Plan, ne? Okay. Ähm... Ich versuche mal kurz, wenn da Krabbelmini hier unten da ist, wegzubomben. Stimmt, das ist wirklich nur in der Vergangenheit einpflanzbar. Das ist der Erbsenverkäufer, der sonst am Zorra-Fluss abhing. Der ist in der Seitenstraße in Hyrule Stadt. Oh, echt? Hä? Haben wir den schon mal gesehen? Okay. Dann gehen wir da gleich mal hingucken. Das hat sich gut angehört, oder? Blaues Feuer. Blaues Feuer? Wozu brauche ich blaues Feuer? Blaues Feuer brauche ich jetzt nicht. Hä? Blaues Feuer? Okay. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an, vom Jens. Äh... Werden wir mal nachgehen. Wir... Machen uns nochmal klein. Wir machen einfach plus 60, weil wir gerne beim Spielen zugucken. Alle hier gegen mich. Alle. Äh... Jo. Das ist auch geil. Die nehmen gerne... Die von der Marine nehmen gerne nicht Schwimmer, weil die lassen das Schiff nicht untergehen. Guten Abend, mein erster Stream. Hi, ich freue mich. Hallo, Lillimau. Schönen guten Tag und schön, dass du hier bist. Wir haben gerade ein bisschen Trouble, weil wir kommen nicht in den Feuertempel rein. Ähm... Und der Jens hatte jetzt gerade den Vorschlag gemacht. Wir brauchen den Erbsenverkäufer. Der ist wohl in Hyrule Stadt, in der Seidenstraße. Dort müssen wir Erbsen kaufen. Und dann... Gehen wir zurück als Kind in die... ins Feuer, pflanzen da die Erbse ein und dann können wir als Erwachsener vielleicht drüber fliegen. Das ist ein... relativ guter Plan, finde ich. Probieren wir auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Vielleicht kann mich ja mal jemand von diesen... äh... ekelhaften... von der ekelhaften Strafe erlösen. Ähm... Hust, hust. So, aber jetzt gucken wir erst mal. In der Seidenstraße soll der irgendwo hocken. Di, 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 di. Haha, die Eva. Dankeschön. In der Seidenstraße? Keinen Flascheninhalt benutzen? Ja, damit kann ich erst mal leben. Aber wo denn in der Seidenstraße? Aua. Er ist hier nirgends. Hm. Oh, da sitzt der da als Erwachsener. Wenn ich erwachsen bin. Sitzt der, wenn ich erwachsen bin in der Seidenstraße? Nee, ich hab vorhin schon gesagt. Bitte dreh das Rad. Danke. Möchtest du das Rad nochmal drehen? Hehe. Sehr, sehr gerne. Nee, ähm... Ich wollte das Rad nur nicht sinnlos für euch drehen, weil ich wollte eigentlich in den Dungeon reingehen, weil ich dann ja sowieso das Rad drehen muss. Aber... Ich geh jetzt mal als Erwachsener gucken. Ja, wir sind gerade halt auf der Suche nach dem... Auf der Nadel im Heuhaufen, ne? Das ist jetzt gerade wieder so eine Sache. Ähm... Doch, man... Kann man... Man kann, glaube ich... Man kann, glaube ich, auch in die Seidenstraße gehen, wenn man erwachsen ist, oder? Hat der Erwachsenverkäufer endlich gemerkt, dass außer Link keiner am Fluss vorbeikommt? Ah, du hättest nur in die Türen reingehen müssen und die Nacht herbeirufen. Okay, 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 okay. Dann, äh... Zurück als Kind. Gut, dass wir einen Jens haben. Der Jens ist mit dabei. Der boostet uns hier. Nicht möglich. Als Erwachsener ist das nicht möglich? Sicher? Ich war mir fast sicher. Okay. Ihr seid die Profis auf jeden Fall. Ähm... Ich dachte, als Erwachsener kann man auch in die Seidenstraße und da gibt es auch einen Zombie. Müssen wir nochmal ausprobieren demnächst. Bitte einmal für den Herr der Zeit drehen. Okay, machen wir so. Let's go. Guten Abend. Hallo, Marco. Ich habe beim YouTuber Creepypasta Punch gesehen, dass am 8. April eine Sonnenfinsternis in den USA stattfinden soll. Am 8. April. Ist ja bald. Okay, pass auf. Äh... Machen wir erstmal Nacht. Wenn du einen Tipp wissen willst, wo der Stahlhammer zu finden ist, musst du zu den Gerudo gehen. Oh, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Feuertempel ein Item bekommen, was uns zu den Gerudos schickt. So, Back L.A. Yo, tatsächlich. Da sitzt er einfach drinnen. Hä, wie gemein. Okay, ich muss auch echt überall reingehen, glaube ich. Äh, keine Schultertaste benutzen. Oh. Schultertaste ist auch so eine eklige Sache. Da muss ich aufpassen. So, erstmal wieder ein paar Bomben. Hier, das ist für euch, Leute. Grüge. Stöcke. Okay. Was kostet denn eine? 10 Rubin. Neh mal mit. Du kannst auch als Kind in Gerudo-Stadt gehen. Stimmt. Wie kann der eigentlich Erbse kaufen, wenn er die alles selber die ganze Zeit isst? Ja, du... Ich weiß auch nicht, warum der so viele... Ja, warum... Ja, gute Frage, ne? Erstens das. Und wo hat er die her? Vor allem, der verkauft uns ja dann eine Erbse, ne? Und der frisst die halt die ganze Zeit, so in Massen. Und... Im Endeffekt sind die Erbsen ja irgendwann so 80 Rubine wert und so, ne? Das ist schon krass, eigentlich. So, jetzt beamen wir uns im Feuertempel, ne? Zum Glück kannst du jetzt ein bisschen Geld ausgeben. Ja, dann lohnt es sich wenigstens mal wieder was Neues zu sammeln. Ähm... So. Feuertempel, Leute. Äh... Warte mal. Jetzt hab ich's. Und Chris bewirft seinen Abonnenten mit Krügen. Das war doch nicht mit Absicht. Ähm... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Link ist ein bisschen am schwitzen. Aber ja. Wir können hier tatsächlich eine Erbse einpflanzen. Mensch Jens. Danke. Danke für die Hilfe. Geil. Dann kommen wir hier echt jetzt als Erwachsener dann irgendwie da drüber. Mit Hilfe der Wunde der Erbse. Das ist schon echt hart. Und dann können wir uns... Oh. Dann können wir uns da wahrscheinlich einen Shortcut machen. Man muss aber auch als Kind irgendwie da hinkommen. Als Kind muss es auch irgendwie gehen. Ich kann auch die Feuerrüstung anziehen. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Aber wirkt die auch? Die wirkt auch. Boah, ist das cool. Hey Lokler. Hallihallo. Lange nicht gesehen. Mensch. Jetzt warte mal. Jetzt haben wir sie in eine Schultertaste. Oh ja. Das sind fünf Minuten. Siehst du, da geht es schon wieder los. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Habt ihr eine Idee, wie ich da hinkommen soll als Kind? Genau, das ist Z. Das ist doch Z. An mir sind es Z, Leute. Nur, keine Ahnung. Wie soll ich denn da als Kind hinkommen? Genau. Ja, ja. Ja, ja. Wollen wir vielleicht so ganz komisch mit dem Boomerang? Das kam auch spät. Ja, okay. So. So geht es auf jeden Fall. Ich glaube, Z gilt es doch bestimmt auch. Habt ihr eine Klausur? Oh. So, geil. Die ist cool, die haben wir auch. Na dann können wir ja wieder zurück. Können uns wieder erwachsen machen, ne? Äh. Let's go. Siehst du, Kitsune, weil wir letztens über den König geredet haben, ist der wieder da. Ach, der Lokala ist wieder da. Der König. Stimmt, König Lokala. Wie geht's denn mit dem König Lokala? Er hat ja gerade was geschrieben, ne? Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo war's denn? Nö, er hat nur einmal was geschrieben. Nö. Er hat auch nicht geschrieben. Nur, hallo. Arianna, hallihallo. Was geht ab? Noch nicht so viel. Wir versuchen gerade schon seit fast einer halben Stunde, über einer halben Stunde in den Feuertempel reinzukommen. Oder, ne, seit einer halben Stunde. Aber, dank Jens, wir haben einen guten Tipp bekommen. Und jetzt sollte es vielleicht auch funktionieren. Alles gut soweit? Ich bin auf dem Klo gerade zu scharf. Danke für die Info, Lokala. Vielen Dank. Dass du deine wertvollen Informationen mit uns teilst. So, ähm. Ne, warte. Zack. Naja, da er ja schon auf der Toilette ist, brennt es bestimmt gerade zweimal. Oh, Mann. Dü, 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 dü. Wir haben jetzt Zeit, dann auch rein in den Tempel zu gehen. Wir, wir werden es jetzt schaffen, Arianna. Ich bin mir sicher. Guck mal, wir haben jetzt nämlich hier eine Wundererbse. Und mit der können wir doch wohnen. Der Bar. Jetzt bestimmt irgendwie dahin. Mal gucken, wo die überlang fliegt. Ich muss das mal schauen. Boah, Alter. Hast du das gesehen? Okay, ich bin sogar auf dem Feuertempel. Wie schön. Okay. Und jetzt können wir auch das hier einfach wegsprengen. Und dann haben wir einen Shortcut, oder? Wow. Das lief ja super. Ja, jetzt haben wir einen Shortcut. Jetzt können wir uns da auch einfach hinziehen. Ähm. Komme ich bitte eine Antwort? Oh, rauf, Eva. Wer zählt denn offiziell die Minuten? Äh, Kizun ist dafür verantwortlich. Kizun ist die Zählerin. So. Ah. Dafür ist das Feuer. Haben wir noch Feuer? Wir haben kein magisches Feuer. Die Frage ist, haben unsere Eispfeile... Eispfeile... Wisse. Unsere Eispfeile haben nicht die Möglichkeit, das zu... Das zu verbrennen. Kizune, machen wir bloß zwei Stunden. Jetzt weiß Kizune es. Kizune ist die offizielle Zählerin. Was sie sagt, ist Gesetz. Auf Kizune ist Verlass. Haha. So. Ähm. Ja, wir brauchen Feuer. Wir brauchen magisches Feuer. Magischer Efeu. Ähm. Genau, zehn Minuten letzter Stream. Krabbel, Minen, Bomben. Einmal anvisieren. Jo, 25. Sind wir richtig. Ich weiß ja, da komme ich nicht hin. Ich glaube, ich muss mich einmal in den Tod stürzen. Es sei denn, ich bleibe da hängen. Aber ne. So, dann drehen wir halt nochmal eine Runde. Und wir müssen da ins Feuer rein. Zum Feuer rein. Tü, 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 tü. So, wunderbare Punktlandung. Und dann einmal bitte den. Theoretisch braucht man den Geist auch nicht. Äh. Oh, der bringt mittlerweile mehr Herzen, oder? Normalerweise dachte ich immer, so ein Geist bringt nur ein halbes. Oder ein Herz. Ja, komm, wir holen uns gleich zweimal Feuer, ne? Vielleicht brauchen wir es zweimal. Nicht nur Lockler, auch du hast damals beim Minish Cap Interessantes über die Toilette zum Besten gegeben. Was? Echt? Hi, Maike. Bin nur kurz da, um mich für die Kanalmärktionschaft zu bedanken. Komme aber so schnell wie möglich wieder zu schauen. Okay. Dann bis später auf jeden Fall. Und danke, dass du schon vorbeigeguckt hast. Ähm. Ähm. Was ist denn jetzt der smarteste Weg, wieder hinzugehen? Ich beame mich einfach schnell, oder? Ah, ne, warte. Ich beame mich einfach schnell, ich beame mich einfach schnell, ich beame mich einfach schnell. Meint ihr, wir schaffen es heute noch in den Feuertempel? Ich bin mir nicht so sicher. So blaues Feuer wie hier? Hm. Ist eine gute Frage, ne? Blaues Feuer ist aber auch schon... Wäre schon cool, wenn es das wirklich gäbe. Aber warum, warum soll es das nicht geben? Ich meine, ich glaube, das blaue Feuer ist auch am, am heißesten. Ähm. Also ich, ich kann euch aus Erfahrung sagen, wir haben bei uns, äh, in der Firma einen Plasma-Reiniger. Und das ist ja auch nicht, also Plasma ist ja auch nichts anderes als ein sehr, sehr, sehr heißes Feuer. Was aber nur durch Strom erzeugt wird. Ähm. Und das ist auch pur blau bei uns. Ein bisschen grün und blau. Und das ist quasi bei uns einfach zur Reinigung gedacht. Ähm. Damit da alles quasi abstirbt, alle Fette und halt eine komplette Reinigung. Also theoretisch gibt's das, ja. Das nennt man dann theoretisch Plasma. Ähm. Ich bedanke mich auch für die Kanal-Mit-Chall. Frag mich nur, wann sie kommt. Äh. Ja. Vielleicht hast du heute noch Glück, Ariane. Ich bedanke mich auch für die Kanal-Mit-Chall. Untertitelung des ZDF, 2020